Vielen Dank, Herr Lein, für die einführenden Worte. Ich darf Sie zu später Stunde noch gerne begrüßen zu einem sehr, sehr spannenden Projekt. Bevor ich aber anfange, würde ich ganz gerne, weil Sie ja doch ein relativ unterschiedliches Publikum haben, nochmal, woher ich eigentlich komme. Der Herr Lein hat schon gesagt, wir sind das Bibliothekservice-Centrum in Konstanz. Das heißt, wir sind direkt unterstellte Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart. und bieten Dienstleistungen für Bibliotheken, Museen und Archive an. Sie merken schon, ich betone Bibliotheken, Archive, Museen. Wir sind ein bisschen stolz immer noch, weil unsere Idee war damals, das BAM-Portal, Bibliotheken, Archive, Museen, wie wir sagen, so ein bisschen arrogant, der Vorreiter der DDB. Wir sind ja auch im Kompetenznetzwerk der DDB mit drin. Das heißt, wir haben da einfach Erfahrung, überkulturell zusammenzuarbeiten. Ich habe die Einführung von Herrn Kimpelt sehr gut zugehört. Es ging ja da um Zusammenarbeit. Und Sie wissen vielleicht, ich habe jetzt auch gleich noch ein paar Folien, es gibt in Deutschland sechs Verbünde. Und als Außenstehender kann man sagen, warum gibt es eigentlich sechs Verbünde, warum gibt es sechs solche Dienstleistungszentren, es reicht doch eigentlich eins oder vielleicht zwei. Diese Frage, die gehört schon Jahre und kommt immer wieder an uns zusammen. Und da sind natürlich genau diese Fragen, Zusammenarbeit oder Kooperationen. Dürfen wir? Wollen wir? Können wir? Sollen wir? Also das passt genau die Frage, die uns immer trifft. Ja, und so ist letztendlich dieses K10 Plus auch entstanden. Aber bevor ich da anfange, nochmal eben diese sechs Verbünde. Ja, der gemeinsame Bibliotheksverbund, GBV, hier so ein bisschen grünlich markiert, mit den vielen Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg, Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig, Holstein, Thüringen und die Stiftung Preußischer Kulturbits, das heißt von den Ländern, sehr, sehr groß eigentlich. Hier als Besonderheit im Bibliotheksbereich unterstützen auch Bibliothekssysteme, wir sagen da auch Lokalsysteme. Und jetzt die Besonderheit, hier habe ich mal einfach darauf aufmerksam machen, weil das nämlich jetzt mit den Kooperationen, wie geht das eigentlich? Ja, es ist ein Landesbetrieb, damit ein Hochkommer selbstständig und dem Ministerium unterstellt. Sehr ähnlich Bibliotheksservicezentrum, wir selber, wir haben drei Länder, wir haben auch Lokalsysteme, etwas mehr, die wir unterstützen. Ja, und wir sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch eine unmittelbare Behörde, das heißt dem Ministerium unterstellt und damit ein Hochkommer selbstständig. Dritter Verbund, ähnlich strukturiert, das Hochschulbibliothekszentrum in Nordrhein-Westfalen, hat das Nordrhein-Westfalen natürlich als Heimatland und einen Teil von Rheinland-Pfalz, ist auch wieder eine nicht rechtfähige Anstalt, das öffentliche Recht, also auch wieder eine Behörde, auch wieder direkt im Ministerium unterstellt. Das sind jetzt mal drei. Ja, wir haben aber noch hier in Frankfurt den hessischen Bibliotheksinformationsverbund, Hebes kurz genannt, Region Hessen mit einem kleinen Teil Rheinland-Pfalz, also hauptsächlich Mainz, unterstützt hier mit dezentral, mit den Universitätsbibliotheken, auch ein Lokalsystem, ist aber jetzt in der Organisationseinheit der Universitätsbibliothek, der Universitätsbibliothek der Universität Frankfurt integriert. Das heißt, ist damit eine Abteilung unselbstständig, das heißt, muss auch in diesen Komplex reinpassen. Analog haben wir in Berlin den kooperativen Berliner Verbund Berlin-Brandenburg, den KBV, auch hier wieder zwei Länder, ist hier aber auch wieder als Abteilung in dem Kontrazuse-Centrum für Informationstechnik in Berlin integriert. Hier noch eine Besonderheit, hier gibt es schon eine strategische Partnerschaft zum Bayerischen Verbund mit dem Verbundkatalog, den ich auch als nächstes habe. Der weitere Bibliotheksverbund Bayern, der für Bayern zuständig ist, auch hier wieder Lokalsysteme unterstützt, und ist auch wieder eine Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek und ist unselbstständig. Sie sehen jetzt schon hier, wir haben hier politisch, wie können Kooperationen überhaupt entstehen, wir haben in Deutschland den Föderalismus, wie kann sowas passieren. Nochmal ein bisschen Historie, der Herr Lein hat es schon angesprochen, die Publikumsverstünde stehen schon lange. Der Ursprung sind einfach die Leihverkehrsregionen damals, wie sie denn entstanden sind und so die damaligen Zettelkataloge aufgebaut worden sind. Das heißt, wir haben hier, wenn man auch mal die Systeme, was wir unsere Verbundsysteme, also unsere Kooperationen betreiben, unterschiedliche Systeme. Da hat die DFG damals gesagt, in der Ausschreibung ist es gut, wenn es zwei Systeme sind, wenn es nur eins ist, haben wir ein Monopol, eine Abhängigkeit. Das haben wir derzeit in Deutschland hier so ein bisschen grünlich angehaucht, der Beamer macht es relativ gut, das sind alles Systeme, die von der Firma Ocelcy, damals Pika, also aus Holland kamen, Rot sind die Aleph-Systeme von der Firma Ex-Libris und Gelb ist so diese Kooperation mit den bayerischen Kollegen mit Aleph. Das heißt, Sie sehen hier diese Kooperation. Ja und daraus ist dann letztendlich dann wieder Zusammenarbeit. Wo trifft sich was zusammen, wo können Chefs gut, wo können Bibliotheksdirektoren gut, wo gibt es Kooperationen. Also müssen viele Sachen stimmen. Ja und knapp vor zwei Jahren gab es dann endlich die Kooperationsvereinbarung zwischen dem BSZ und dem GBV. Wir haben mit dem Ziel, wo ich nachher nochmal ein bisschen konkret drauf einkomme, dem K10 Plus, ein Katalog eben für zehn Bundesländer und für die Stiftung Preußisch Kulturbesitz für die Bibliothek. Zusätzlich haben wir gesagt, wir haben heute schon öfters von E-Ressourcen, E-Books, E-Zeitschriften gehört, hier einfach möglichst schnell auch eine gute Infrastruktur für E-Ressourcen aufzubauen, um den Bibliotheken hier auch wieder Services anzubieten. Diese E-Book-Services, die sind schon live. Das heißt, wir haben hier so ein Vorprojekt gestartet. Das heißt, hier sind wir schon in Produktion, gemeinsam eben unsere beiden Verbünde. Wir haben ein drittes Projekt. Sie haben vorhin gesehen, dass auch wir im Bereich offen sind, im Bereich verschiedener Systeme. Hier die deutsche Datendrehscheibe für ALMA. ALMA ist ein neues Next Generation Bibliothekssystem. Hier gibt es Kunden in verschiedenen Regionen, hauptsächlich in unserer Region und in dem Bereich dem GBV, hier als VZG, also der Mitarbeiter der GBV-Region, haben wir hier so auch wieder was gemeinsam aufgebaut. Aber nicht nur in diesem Katalog, wir wollen einfach auch in mehreren anderen Bereichen zusammenarbeiten. Wir haben jetzt ein gemeinsames Workflow-System für die Retro-Digitalisierung und wollen auch weitere Services, die immer konkreter werden im Bereich Discovery, Archivierung und so, in dem Bereich zusammenarbeiten und kooperieren. Um sowas zu funktionieren, wir sind zwei unabhängige Anstalten, sagt man ja immer bei uns so, also Behörden. Wie können wir zusammenarbeiten? Was ganz klar ist, Ziel ist nicht, die beiden Organisationen zusammenzulegen. Da hat unser Personalrat natürlich gleich Veto geschreit, geht gar nicht. Wenn man kooperiert, zusammenarbeitet, dann fallen ja gleich wieder Stellen weg und so weiter. Das heißt, hier ganz klares Ziel, es sind zwei unabhängige Institutionen. Wir wollen aber inhaltlich, fachlich sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Um das zu gewährleisten, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Das Zusammenschluss und eben auf der Direktionsebene oder der Leitungsebene gibt es im Bereich unserer Seite das BSZ-Kuratorium, bei dem GBV gibt es die GBV-Verbundleitung. Und aus diesen zwei Gremien plus dem Ministerium, Sie haben ja gesehen, wir sind immer vom Ministerium abhängig, gibt es einen Koordinierungsausschuss, der hier zusammentagt. Der hat schon einmal getagt und wird jetzt im Herbst nochmal tagen. Aber letztendlich ist dieses Gremium eigentlich nur immer so die Drohung. Wenn wir uns nicht einigen, dann geht es an den Koordinierungsausschuss. Und ich kann eine Story erzählen, wir hatten vor einem Vierteljahr den ersten Koordinierungsausschuss, da haben wir uns nicht geeinigt. Einen Tag vorher hatten wir uns geeinigt. Also der Koordinierungsausschuss hat da nur noch nicken dürfen und das war natürlich das Ziel erreicht. Ja, warum haben wir uns zusammengetan? Wir haben eben, wie ich vorhin schon dargestellt habe, zwei ähnliche Systeme. Das heißt, gleicher Programmcode. Aber viel ist, viel ist doch anders. Ja, insbesondere auch beim Kategorierungsformat. Ja, wir hatten es vorhin, was kann man alles falsch machen bei Standardisierung, Normdaten. Eigentlich haben wir einen Standardisierungsausschuss. Eigentlich ist alles klar dargelegt, aber trotzdem sind die Systeme doch recht weit Unterschied. Die Kollegen haben relativ schnell, wo sie das Format abgeglichen, eigentlich denkt man, es ist gleich. Es war nachher 98 Prozent anders. Sie sehen auch den Zeit, wir nehmen uns auch Zeit für das Projekt. Wir lassen uns nicht unter Druck setzen, weil wir wollen es gut machen. Aber jetzt wieder zum Thema Zusammenarbeit. Wir haben natürlich auch Kulturen. Die Regionen sind entstanden. Man kann sagen, wir, BSZ, waren sehr regelwerkstreu. Wir sind sehr engagiert in der Regel. Das ist auch bekannt, deshalb kann ich das sagen. Es gibt wenig Ausnahmen. Ja, der GBV war da ein bisschen offener, breiter aufgestellt. Kann man auch auf Sachen sagen. Also die Folien sind abgestimmt. Es ist halt einfach so. Ja, es gibt halt auch unterschiedliche Philosophien, wie man mit Nordaben umgeht. Und das alles zusammenzubringen, das braucht halt von der Direktion, von den Mitarbeitern, in den Bibliotheken, bei den Bibliotheksdirektoren, überall Zusammenhalt und Zusammenfinden. Und wir sagen schlichtweg, wie immer so offen, so Verbundsysteme, das ist eine gemeinsame kooperative Katalogisierung. Es ist nämlich nicht nur die Katalogisierung, da steckt viel was anderes. Das heißt, ich habe hier noch mal zwei Folien. Wie sieht es eigentlich im GBV aus? Ja, im Mittelpunkt die Katalogisierung. Aber viele, viele Dienste, auf die ich gar nicht eingehen will, sind drumherum. Da sind viele Dienste sehr, sehr ähnlich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir wollen noch viel mehr Bereichen zusammenarbeiten. Entschuldigung. Ja, analog haben wir das auch bei uns im SWB, im Südwestdeutschen Bibliothek, also für wenigen wir im BSD zuständig sind. Da sieht man auch ganz rechts oben die DDB, weil wir in diesem Kompetenznetzwerk drin sind. Ein paar wenige Folien, weil ich sehe, so vom Publikum brauche ich nicht so tief ins Detail reingehen, aber wir haben derzeit natürlich zwei Systeme laufen, eins in Konstanz, eins in Göttingen. Und das hat, wenn man da Zusammenarbeit kooperiert, das ist irgendwie wichtig, da brauchen wir irgendwo einen Master, also einen, wo hineingeschrieben wird. Daraus bilden sich die Daten ab. Das heißt, hier wissen wir einfach, da haben wir etwas zurückgesteckt. Wir sagen, in Göttingen wird der Primary sein. Dort ist mehr Technik, wir haben ein größeres Rechenzentrum, mehr Know-how. Das heißt, hier wird es sein. Aber um hier wieder Gleichgewichte herzustellen, wird in Konstanz genau die gleiche Datenbank aufgebaut, eine Spiegelung. Wir haben Vorteile, wir haben eine Ausfallsicherheit, wenn in Göttingen mal, in ganz Göttingen der Strom ausfällt, dann arbeiten wir halt in Konstanz weiter. Wir haben aber den Vorteil, dadurch, dass wir zwei Systeme im ersten Stufen aufbauen, wir können unsere Dienste, die wir drumherum gebaut haben, natürlich sofort weiter bedienen, oder wir müssen sie ja auch weiter bedienen. Wir haben nicht da auch nochmal einen Umstand für diese Dienste, die da rumsehen. Sie sehen schon diese vielen Schnittstellen, die wir hier mit unseren verschiedenen Systemen bedienen müssen. Wir haben uns natürlich Meinstellung gesetzt, das ist einmal eine Limitierung des technischen Konzepts, ja, Präzipsmodell, Sie haben gesehen, Technik, wie machen wir das? Ja, aber auch administrative Daten, wir hatten das gleiche System, da kann man sich vorstellen, wir hatten, fangen bei der Nummer 1 an, der GBV fängt bei Nummer 1 an, wie machen wir die Nummernvergabe eigentlich anschließend? Wir haben unsere Bibliotheken irgendwo nur durchnummeriert, der GBV hat seine Bibliotheken, also hier mussten wir uns sehr viel einigen, wie können wir diese Systeme zusammenfahren. Ja, Format hatte ich vorhin schon gesagt, unsere Bibliothekare waren da wirklich extrem fleißig, und da hat auch wieder mit Zusammenarbeiten der Trick geklappt, ja, wir haben die in Klausur geschickt, wir haben ihnen gegönnt, in ein Tagungshotel zu gehen, wo es auch ein bisschen Abiente war, und wurden halt drei Tage eingesperrt. Internet hatten sie, glaube ich, aber, ja, um dann wirklich gemeinsam hier durchzuhören. Ja, wir tun natürlich irgendwie zwei Verbundkataloge zusammen, es wird sich Änderungen geben, ja, wir haben schon vorhin, Formate ändern sich, das heißt, wir müssen auch ein Schulungskonzept machen, um unsere Bibliotheken, unsere Kunden da wieder zu schulen. Nur ein Beispiel, Fremddatenhaltung, hatten wir einfach ein anderes Prinzip wie der GBV, und wir haben uns auf ein neues Prinzip geeinigt. Ich hatte es vorhin schon, gehe ich ein bisschen schneller, mit den Titelidentnummern, ja, wir werden ja jetzt Titel zusammenspielen, ja, wir wissen so nicht genau, wie viel wir Dublett haben, es ist bekannt, darf man auch wieder erzählen, beim GBV gibt es eh schon so viele Dubletten, das wollen wir eigentlich nicht, wir wollen also versuchen, die guten Daten, die wir im SWB haben, vorderrangig zu halten, also hier auch wieder verschiedene Konzepte zu gewährleisten. Ja, Formate hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen in der Einladung gesagt, für die Bibliothekare hier, das sind einfach Anpassungen, die auf der GBV-Seite passieren müssen, auf unserer Seite, und wir haben irgendwie hier immer Kompromisse gefahren. Und versuchen natürlich auch ein bisschen Bereinigung zu machen, alte Töpfe abzuschneiden, was natürlich auch nicht ganz einfach ist, weil, ja, das war schon immer so, dieses dagegen zu gehen. Ja, wo stehen wir heute? Wir haben eine technische Implementierung, wir haben das erste Testsystem, wo sich auch schon synchronisiert aus Göttingen und Konstanz, wir haben schon dieses gemeinsame E-Book-Pool, also wo wir E-Ressorten zusammen verwalten, ja, und so starten wir langsam. Die Bibliothekare haben die Titeldaten mehr oder weniger abgeschlossen, es fehlen noch so ein bisschen die Normdaten, da haben wir es natürlich leicht, weil wir die DNB haben, aber eigentlich ist doch wieder ein bisschen was anderes. Ja, und die Indexierung, also wie greifen wir auf die Daten, da haben wir auch total verschiedene Ansätze, auch hier versuchen wir wieder, das Beste aus beiden Systemen rauszubekommen. Ja, auch hier die Einbindung, ja, wir sind ja nicht alleine, das heißt, wir haben Arbeitsgruppen in jeweils in unseren Regionen, die haben gerade vorgestern getagt in Göttingen, ein Treffen gab es schon in Stuttgart, also Sie sehen auch immer, wie hier verteilt wird, da kann ich auch wieder nochmal so, der Mittelpunkt zwischen Konstanz und Göttingen ist derzeit Stuttgart, nicht geografisch, aber bahnlinienmäßig, wo wir uns meistens dann treffen. Ja, wie sieht es weiter zum Schluss, die Planungen, wir wollen hier im letzten Quartal dieses Jahres die Formatdefinition, also die Bibliothek kriegen einfach den Druck, fertig zu machen, wir wollen dieses Testsystem vollständig aufbauen und wollen bis zum Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten, mal so eine erste Testdatenbank laden, also mit vollständigen Daten und zu schauen, wie sieht es dann eigentlich aus mit der Diplifizierung, was bleibt übrig, was müssen wir machen, um dann im Januar zu evaluieren, wie sie gut sieht es dann aus und daraus dann eigentlich einen weiteren Plan zu machen, die weiteren Schritte. Wir werden natürlich immer gefordert, ja, macht mal einen Zeitplan, das ist immer schwierig, das heißt, wenn der ganz gut läuft, dann wollen wir natürlich noch einen zweiten Versuch, das ist immer so machen, also der nochmal etwas besser ist und der dann, wenn der gut ist, die Basis für anschließende Schulungen sein. Uns ist bewusst, wir haben sehr, sehr viele Bibliotheken, sehr viele Bibliothekarien, das heißt, die müssen geschult werden, das ist ein Zeitaufwand, die alle zu schulen, das heißt, da braucht man jetzt Vorlaufzeit, da müssen Schulungsräume reserviert werden und so weiter, die Multiplikatoren müssen geschult werden, also hier ist auch nochmal eine Zeitspanne da. Derzeit planen wir im Oktober 2018 den Start von K10 Plus, aber Sie sehen schon an meinen Ausführungen, wir wollen mal die erste Migration abwarten, ob wir nicht vielleicht doch nochmal einen dritten Versuch brauchen. Warum machen wir das? Klar, wir wollen natürlich Effizienz gewinnen, beide Institutionen, war vorhin schon auch die IT, ist überlastet von der DNB, wir sind auch überlastet, wir haben viele, viele neue Themen, dürfen alte nicht abgeben oder runterfahren, das heißt, hier sind einfach Synergieeffekte, wir haben ein einleitiges technisches System, langfristig werden sich natürlich Hardwarekosten und Betreuungskosten, wir haben eine Betriebssicherheit, eine bessere durch die Spiegelung, ja und wichtig ist natürlich für uns auch die Betriebssicherheit durch gegenseitige Vertretbarkeit, man muss ehrlich sagen, wir haben manchmal nur eine Person auf einem wichtigen Thema sitzen, ja, dann haben wir wenigstens zwei. Was ganz klar ist, das merken wir jetzt schon in der täglichen Arbeit, wir können uns gegenseitig absprechen, bei Dokumentation, Richtlinien, Tabellenpflege, also bei neueren Sachen, einfach gemeinsam zu arbeiten und wir merken natürlich auch, wir sind jetzt zwei Verbünde, wir haben natürlich auch viel mehr Macht, unsere Vorstellungen in Gremien durchzusetzen. Ja und wir hoffen uns zum Abschluss da natürlich Potenzial, wir hatten heute Morgen schon, es gibt auch neue Themen, die wir gerne angehen wollen, Discovery ist klar, das läuft schon an, ja automatische Erschließung ist ein Top-Thema bei der DNB, auch da wollen wir mitmachen, auch mitarbeiten, Normdaten, die ORCID, einfach für die Forschung da reinzugehen, alle nötigst mehr zu machen, Themen, die die Bibliotheken betreffen, wie Erwerbung, Bestandserhaltung, hier mitzuarbeiten, intensiv Unterstützung zu leisten, vielleicht gibt es auch ein Plätzchen für die Forschungsdaten, Repositorien hier, ja auch im Bereich Forschung einfach, wir haben eine Riesenmenge an Daten und wir werden oft aufgefordert, mit euren Daten kann man ja eigentlich selber auch wieder noch Forschung machen, also nicht nur die Forschungsdaten reinnehmen, sondern auch selbst mit diesen Daten zu machen. Ja, zum Abschluss, K10 Plus ist eine echte Herausforderung und Zusammenarbeit, Kooperation, ja, wir lernen das jetzt momentan auf allen Ebenen und ich muss immer sagen, wir sind sechs Verbünde, früher war es super Kooperation, aber wir haben auch manchmal konkurriert, bis aufs Messer, weil wir unter die gleichen Kunden akquiriert haben, muss man ganz klar sagen. Wir haben mal gegenseitig, GBV uns um einen Kunden gerangelt. Jetzt bleibt es natürlich aus, weil es ist ja unser Kunde, also das fällt uns unheimlich leicht, momentan zu sagen, ja, ist ja egal, es ist eh unser Kunde. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, Herr Kutalin, Deutsche Nationalbibliothek. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Was Positives und vielleicht was Kritisches. Was Positives zuerst, heißt, ich bin jetzt seit elf Jahren im Bibliothekswesen, das heißt immer, ich werde nie erleben, dass es mal so einen gesamtdeutschen Katalog gibt, wo wir alle reinkatalogisieren. Jetzt sind wir ja offensichtlich schon auf dem ersten, den ersten Schritt haben Sie ja offensichtlich schon gemacht mit dem K10 Plus Katalog, finde ich ja ganz, finde ich gut. Das Kritische anschließend jetzt, wenn jetzt alle GBV und alle SWB-Bibliotheken in diesem Katalog dann arbeiten, heißt das dann, dass ganz viele Katalogisierungsstellen wegfallen, weil man dann irgendwie nur noch in einen Katalog katalogisiert und dann ja ganz viele Ressourcen sparen kann auch? Das ist natürlich eine gefährliche Frage. Was ganz klar ist, für die Bibliotheken wird es natürlich eine Vereinfachung sein. Also bei uns, unsere Statistiken zeigen momentan, also jetzt aus Sicht von Baden-Württemberg, aus SNBW, ungefähr 10% der Zitel werden über Fremddatenübernahme aus dem GBV geholt. Also DNB sowieso, aber aus dem GBV. Und das ist natürlich jetzt viel einfacher, weil das sowieso schon in der Datenbank, also ich brauche mich nur noch ansiegeln, oder kann die Daten verbessern, irgendwelche Inhaltsverzeichnisse anbinden, Rezensionen oder so, also verbessern. Ich glaube, das ist genau, was die Bibliotheksdirektoren erwarten. Einfach auch in der Bereich der Katalogisierung etwas runterzufahren oder die normale Altersstruktur hier, das sehen wir jetzt schon. Das wird sein. Man muss ganz klar sagen, wir haben eh schon einen Trend in dem Bereich. Wenn wir mal unsere Zahlen sehen, was von Hand katalogisiert wird, nimmt es eh rapide ab im Vergleich zu den E-Book-Einspielungen, E-Ressourceneinspielungen. Also wir haben da sowieso schon ein Auseinanderlaufen. Das ist jetzt von Institution zu Institution sehr verschieden. Aber im Bereich unserer Hochschulen die katalogisieren noch von ihren Beständen vielleicht 5 Prozent, wenn überhaupt.